Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Ja, wir sind seit letzter Folge in Begedrängnis von den Untoten und ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, wie wir das retten sollen. Ich habe echt gedacht, dass das nicht so schlimm ausgebildet, aber wir haben echt ein Problem und ich glaube, ich habe einfach die falschen Divisionen die ganze Zeit ausgebildet. Irgendwas passt auf jeden Fall nicht und das macht uns gerade richtig zu schaffen, weil wir keine Division mehr haben. Und das macht es jetzt echt gerade schwer, irgendwie das Ganze hier am Laufen zu halten, denn wir brauchen dringend wieder Divisionen eigentlich. Und die haben nämlich unten jetzt auch noch ihren Scheiß-Turm. Vor allem haben die jetzt diese super starken Einheiten, die ich nicht totkrieg. Vor allem diese Viecher sind ekelhaft. Scheiße, die sterben nicht. Die sind so heftig. Ich glaube, dafür bräuchte ich irgendwie Spezialbogenschützer, aber die habe ich nicht. Kriegt der Gegensperre, sind die Gegensperre. Aber selbst dann. Wie soll ich denn die tun? Da, guck mal. Der eine ist immer noch. Ich kriege die Viecher nicht unter Kontrolle. Das ist... Ich kann mir jetzt um Gollum... Gerade nicht unbedingt die Gedanken machen, wenn ich hier Riesen rumlaufen habe. Oh, da ist Gollum. Da sind sie... Oh, scheiße, jetzt sind sie... Schaltet die aus, schaltet die aus. Fällt der jetzt mal. Kutze, fix. Alter, es gibt's doch nicht. Keine meiner Divisionen hält lang genug durch, um... ...behaupt irgendwie Schaden auszurichten in dem Fall. Wir wurden da oben vollkommen schon wieder abgeschlagen. Wir sind... Wir sind tot. Ich glaube, wir sind echt... Ja, jetzt sind die sich super wahr. Ich finde, ganz ehrlich, diese Kombination hat noch nie gespielt. Dass ich gegen Medium von dem Volk spiele und Elfen... Äh... Äh... Schädiljaldindudel... Da ist er. Ähm... Extrem schwer. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Weil die Kombination so wahrscheinlich relativ mies ist. Sie haben relativ... Ja, schwache... Ähm... Einheiten für wenig Geld. Ähm... Teure Einheiten. Ich glaube, es ist auf jeden Fall möglich. Und wenn du den Trick raus hast, gibt's auch eher relativ easy. Ähm... Aber... Actually... Ich fand das gerade echt... Öh... Das ist... Ne, scheiße, das ist... Ich fand das jetzt nicht ansatzweise easy. Ich hab... Keinen Plan gehabt. Also am Anfang sah's gut aus. Bloß der Punkt, wo ich... Angreifen wollte. Aber da hatten sie schon genug Einheiten, wie es scheint. Also ich glaube, selbst wenn ich's bei mir die Defense gemacht hätte, hätte ich's nicht zugebracht, weil ich hätte nicht genug gehabt, um die ganzen Einheiten zu stoppen. Oder vielleicht war ich auch zugegeben. Kann doch sein, dass ich zugegeben war. Wir haben die Festung verloren. Ja. Das war jetzt nicht so geplant. 26 Minuten. Yay. Ähm... Nehmen wir noch mal das Fortress, Fortress, Grey, Korst. Ähm... Nehmen wir die Karte, oder? Wir nehmen sich hier dreimal easy... Zwei mal easy. Hört sich jetzt bescheuert an, aber ich muss wieder reinkommen. Ich hab das Spiel eh wie lange nicht mehr gespielt. Und seitdem ich sehr versuche, ein Spiel zu programmieren, auch in RTS, ähm... Ist vielleicht auch mal wieder gut, um RTS zu spielen, um halt selber wie das Gefühl zu kriegen, was Gutes und was Schlechtes. Ähm... Ja. Wie sind die Rules? Passt alles. Wir tun mal den Ring hier, obwohl das war drin. Let's Play. Let's go. Ich bin Isengard. Oh, yes. Gegen Misty Mountain und Mordor. Äh, das könnte interessant werden. Das könnte interessant... Ich bin auch... Natürlich bin ich in der Mitte von beiden. Ich hätte lieber unten irgendwo angefangen. Aber... Nicht lange schnacken. Kopf in den Nacken. Hier gibt es immer Arbeit. Ich mach noch einen Baumeister. Wie schaut die Karte hier aus? Hier ist ein Übergang. Den muss ich relativ flott halten. Hier ist nichts. Ich hab hier die Front. Und hier eine Brücke. Wenn ich hier zwei Türme aufstelle, hab ich schon mal gesaved. Ähm, bedeutet, ich brauch vier Türmeer, circa. Dann bräuchte ich einen Baumeister, der mindestens das mal macht. Ich nehm... Sagen wir mal ins Auge. Und schau mal nach hier unten. Da ist Mordor. Jaja, auch schon aufgefallen. Komm schon, Baumeister. Ich brauch noch einen Baumeister. Komm schon. Gleich schön. Ich brauch einmal die Urkühlen. Wir haben hier wenigstens viele Bäume. Das macht es für mich als Böser, aber auch genauso für meine anderen zwei Komponenten, äh, gut, weil die können die Bäume fällen. Wird ein Bonus-Einkommen. So. Also als Isengard-Vertil ist, ich könnte hier außenrum eine Mauer ziehen. Was mir die Front schon mal zumacht. Was ich jetzt dringend brauch, ist mal... Oh, fuck. Die fangen schon so an. Das neue Gebäude ist fertig. Wir haben jetzt eine Urkrube. Ich brauch auf jeden Fall... Mach dich nützlich. Erstmal... Arbeiter. So viel Einkommen wie möglich. Am besten geht es mit Sägewerken. Und ich zieh gleich mal eine Mauer. Einfach, weil es safe, safe ist. Und ich unbedingt wissen will, was hier abgeht. Ich will nicht nochmal vernichtet werden. Jetzt wurde ich schon von Geistern vernichtet. Jetzt werde ich aber nicht mehr vernichtet hier. Noch mehr Urux kommen aus den Gruben. Macht euch kampfbereit. Die sind schon mal auf die... Passiv. Oh Gott. Und es schaut mir aus, als ob sie oben den Pfad nehmen wollen. Aber auch nicht. Davor hier am meisten Schiss, dass die jetzt anfangen, die Pfade zu nehmen. Noch ein Gebäude fertig gesteckt. Ich weiß, ich weiß. Und deswegen... Ihr werbt nicht gefauletzt. Für mich als Vorwarnung... Ja wisst, was zu tun ist. Ich geh bitte hin. Arbeiter. Du baust mir noch... Die Uhr sind kampfbereit. Holzfäller hier hin. Und wütend. Ich will die Hauptwege abschotten, wenigstens. Arbeiter. Arbeitet an eurer Einstellung. Ihr wisst, was zu tun ist. Ein Höhle-Troll. Bringt ihn zu Fall, wenn er näher kommt. So. Da ist mir schon mal zu. Das ist jetzt... Wir werden... Gute schon mal zu wenigstens zu wissen, dass da oben ein Höhlen-Troll ist. Das macht es schon mal positiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich kacke, dass ich jetzt keine Übersicht habe. Natürlich meine Gegner jetzt wissen, was da oben abgeht. Das Gebäude ist fertig. Wir haben viel zu tun. Irgendwo... Ich geh auch noch an. Kampfbereit und wütend. Ich schaue es bei denen aus. Oh, wow. Die haben schon... Ein Trollhort. Unangenehm. Aber sie hauen sich gegenseitig schon mal auf die Möhre. Das ist schon mal vorteilhaft. Das neue Gebäude ist fertig. Also ich bin schon mal nicht der Hauptzielpunkt, wie ihr hier seht. Die Orks sind rübergerannt. Und wir schließen die Möhren ab. Hilft zwar nicht... Klappe. Hilft zwar nichts gegen Orks, aber es hilft auf jeden Fall gegen große Angriffe und schnelle Angriffe. Dass ich halt wenigstens abwehren kann in dem Fall. Das ist mir eh schon wieder ausgegangen. Ihr wisst, was zu tun ist. Eine basic Mauer. Ich bin happy darüber. Ich kann hinter ein paar Türme platzieren und dann ist schon mal die Mauer ein bisschen safer. Was man z.B. später machen könnte, ist wahrscheinlich hier eine Mauer hinziehen oder Türme wenigstens. Macht eure Waffen bereit. Was ist jetzt mal eine Fähigung? Einmal den Uruk-Hort upgraden. Wir wären dann fertig. Macht euch wieder an die Arbeit. Dann hätte ich gerne eine Reiter-Truppe. Wohl. Jo, wir haben Gollum direkt in den Festland. Schneller. Wir haben die Uruk-Grube vergrößert. Vorwärts. Wo ist Gollum? Als ob der direkt mal eiskalt bei mir rumläuft. Weiter. Weiter. Haltet die Waage in der Waaggrube. Den nach vorne. Und dann brauchen wir auch noch eine Ballisten-Werkstätte. Jetzt brauchen wir mal Uruk-Hort noch. Zurück an die Arbeit. Mach dich nützlich. Ohne Schmiede. Ich vergesse fast immer die Schmiede. Immer. Hier könnte ich noch eine Holz-Werkstätte hinsetzen. Vielleicht können wir später mal die Maun-Büste. Hoffentlich haben die neuen Reiter ihre Köter unter Kontrolle. Noch mehr Uruks kommen aus den Globen. Wir greifen an. Bald. Was macht euch Kampfbereits? Hier gibt es immer Arbeit. Irgendwo einen Platz für eine Schmiede. Macht euch wieder an die Arbeit. Du darfst jetzt schon mal Basic-Verteidigung an den Morgan. Mach dich nützlich. Die neuen Waagreiter sind da. Wo denn jetzt schon wieder? Das neue Gebäude ist fertig. Wie machen die das? Die waren schon da, ohne dass ich bemerkt habe ansatzweise. Das ist uncool. Wenn man sowas nicht mal merkt. Aber wird das jetzt mal auch nochmal hierhin? An den Höhlen-Täubel-Seiten ticken wir dann mal. Auch wenn es sich doof anhört. Aber für mich ist das ein Punkt, dass ich hier oben die Verteidigung selber halten kann und nicht unsichtbar bin. Und wir haben jetzt halt auch dementsprechend die Ressourcen aktuell. Dass wir uns das leisten können. Da bräuchten wir wahrscheinlich eher die Sperrkämpfer. Ja, das hätte ich wissen können, aber egal. Vater ist dieser kleine Typ, der immer hoch und runter rennt. Der ist wie für uns so ein kleiner Spion. Aktueller Stand. Ich habe schon mindestens zwei Trolle gesehen, die hier unterwegs sind. Aber sie wurden auch schon mal angegriffen. Das zeigt das Gebäude hier. Wir sind hier fertig. Was sagen wir sonst noch bauen? Was natürlich ungut ist. Gibt den Ohr, ihr wisst was zu tun ist. Hier noch ein bisschen was hin. Wuppala. Das Gebäude ist fertig. Das geht wieder gut voran. Das ist vorteilhaft. Das ist jetzt immer so ein schöner Abstand und ein paar Türme hin. Einfach weil die auch ein bisschen mehr Sicht geben. Ihr seht schon, Mauer und Turm. Und das lässt uns natürlich sehen, was abgeht. Perfekt. Bannerträger sind auch das, was ich brauchen kann. Macht eure Waffen bereit. Schauen wir mal, wie es beim Mordern nochmal ausschaut. Sollten die nicht angegriffen werden? Hey, sind die Armbrüste für die neuen Uhren fertig? Ja, da kommt der Angriff. Du musst doch, da kommt irgendwann einer. Das ist der Vorteil, die bashen sich jetzt. Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe, wenn das ist. Aber hier kommt auch schon wieder ein Trupp, der das wieder einnehmen will. Sobald sie natürlich merken, dass sie oben jetzt die Visionen sind, denke ich mal, wird sich das Behaviour ja ändern. Jetzt müssen wir upgraden. Ich muss nur alles upgraden, solange ich Geld dafür hab. Und wenn ich kein Geld mehr mehr hab, sollte alles geupgradet sein am besten. Oh, da kommt ein schöner großer Angriff, auch mit den Trollen. Das ist schön zu wissen. Hier oben setze ich eh schon mehr auf die Verteidigung. Weil einfach die Verteidigung für uns wichtiger ist. Ich setze jetzt mal nicht drauf, dass Mordop bald angeht. Aber die Orks sind sehr, sehr aggressiv. Was ich als Anzeichen mal sehe, dass die Orks immer aggressiver bleiben und somit die Oberhand über den Mordor halten können. Was für uns natürlich vorteilhaft sein könnte, weil wir somit erst uns gegen die Orks schützen anfangen. Dann schauen, dass sie das ist. Da haben wir den Vorteil, es bringt sich nichts. So lange sie auch drüber laufen, also sie sind zu langsam dafür, dass wir das halten können. Na gut Leute, aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, dass es gefallen. Wenn ihr ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.